Was geht ab, Schildkröten-Gang? Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich gerade total komisch, so als wäre ich ein Baby. Äh, einen Moment mal, Leia, Billy, seid ihr das da vorne? Axel, bist du das? Ich sehe überhaupt nicht. Oh Mann, Leia, wie siehst du denn bitte aus? Und du bist Billy? Oh, 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 ich bin Billy, ja, und das ist Leia, die macht Pupsi. Oh Mann, das sieht echt so aus, als würde sie Pupsi machen. Freunde, heute spielen wir Roblox, aber wir sind extrem kleine Babys. Und das heißt, wir müssen es schaffen, viel, viel größer zu werden. Die Frage ist nur, äh, Leute, wie werden wir größer? Hm, ich weiß es nicht so genau, aber warte mal, ich habe hier was gefunden. Äh, äh, einen Moment, was ist das denn bitte? Wow, schaut mal, Freunde, das ist einfach eine Babymilchflasche. Okay, Leute, auf drei trinken wir das, vielleicht klappt das ja. Billy, nicht so schnell, eins, zwei, drei, lasst alle jetzt ein Like da, Freunde, und abonniert diesen Kanal. Und? Na los, Leute, direkt klicken, kluck, 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 kluck. Oh Mann, was passiert hier bitte? Ich fühle mich viel glücklicher. Äh, merkt ihr schon irgendwas, werden wir größer? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Obwohl, wartet mal, seht ihr das da links? Das füllt sich die ganze Zeit auf, habt ihr das gerade nicht gesehen? Äh, ja, du hast recht, aber was bedeutet das? Oh Mann, ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich glaube, ich weiß, jetzt Babys müssen ganz viel Milch trinken. Das heißt, wir müssen auch ganz viel Milch trinken, damit wir wachsen und groß werden. Also, Billy liebt Kekse, warum können wir keine Kekse essen? Ähm, Kekse, Billy, wir sind doch noch Babys. Babys essen keine Kekse, sondern wir trinken halt Milch. Oh Mann, Freunde, die Frage ist nur, wie lange müssen wir das bitte machen? Wie viel Milch trinken wir? Hm, es muss doch irgendwie auch andere Wege geben, größer zu werden, oder nicht, Leute? Ähm, bestimmt müssen wir einmal springen und dann funktioniert schon. Einmal springen, äh, das funktioniert überhaupt nicht, ich kann nicht springen. Ähm, einen Moment mal, Leute, ich trinke noch ein bisschen mehr Milch. Oh, 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 schaut euch das mal an. Oh, okay, ich trinke gleich direkt mit, aber siehst du, dass da drüben ist das eine Art Tor? Äh, warte mal, da drüben, wo denn, Leia, wo denn? Na, hier drüben, siehst du das? Wow, du hast recht, oh, lass uns das mal genauer anschauen. Ich glaube, dafür brauchen wir 8000 Glücklichkeiten. Schau mal, ich habe gerade 54, wie flappt ihr, Leute? Hm, ich habe 43. Oh, Mann, ey, äh, einen Moment mal, wow, seht ihr das? Was ist das denn, bitte? Ich kann 5000 Glück veranspruchen. Warte mal, 5000 Glück, wie machst du das? Ich möchte das auch machen. Keine Ahnung, aber ich habe es gemacht. Warte mal, Leute, wow, was ist denn jetzt bitte mit mir passiert? Warte mal, warum bist du so groß? Ich weiß es auch nicht. Freunde, ich habe eine Idee, vielleicht kann ich in diesem Game ja auch cheaten. Und dann kann ich zeigen, wie groß ich als Baby werde am Ende. Wow, Leute, sehen Sie das? Ich bin ein extrem großes Baby geworden. Wow, pass auf, dass du mich nicht gleich umrennst. Okay, Leia, ich pass auf. Warte mal, ihr könnt einfach auf gratis Geschenke gehen und dann könnt ihr euch das auch holen. Leute, probiert es mal aus. Hm? Okay, probiert es direkt aus. Oh ja, ganz klar, das wird bestimmt klappen. Na los, Leia, das muss klappen. Und mal schauen, was jetzt passieren wird, Freunde. Ich meine, ich bin einfach riesig und die anderen müssen jetzt auch riesig werden. Oxy, du bist total riesig. Du musst ehrlich aufpassen, dass du mich nicht gleich überrumpelst. Oh ja, ich werde dich schon nicht überrumpeln. Aber schau mal, siehst du das? Ich kann einfach auf den Boden hauen. Wow, Freunde, ich bin einfach high als Baby. Leute, kommt her, Mann, kommt her, Mann. Bam, bam, bam. Oh, Entschuldigung, Billy. Wow, wie hast du das neben gemacht? Warte, Leia, ich zeig's dir. So habe ich das gemacht. Okay, Leute, nachdem wir uns beruhigt haben, würde ich sagen, na los, Leia, du kriegst das jetzt auch endlich hin. Bitte, bitte, bitte. Okay, und zack. Wow, was ist bitte mit deinen Augen los? Ich weiß es nicht, ich sehe immer noch kaum was. Oh Mann, äh, warte mal, bist du das da vorne etwa, Billy? Ich fühle mich irgendwie groß. Oh, wow, was soll das bitte? Okay, Leute, wartet, wir können weiter an der Flasche hier nunkeln, damit wir noch mehr Dings da bekommen, damit wir noch größer werden, oder nicht? Oh ja, du hast recht, aber mit unseren 5000 Glücklichkeit können wir doch da drüben durchs Tor gehen, oder nicht? Du hast recht, lass das gleich im Augenblick ausprobieren. Und Freunde, stellt euch einfach mal vor, was passiert, wenn ich irgendwie 10.000 oder sogar 100.000 Glücklichkeit habe? Ich wäre einfach das größeste Baby der Welt. Also, ich nuckele jetzt erstmal an meinen Schnullern. Äh, warte mal, Schnuller, ich will auch am Schnullern nuckeln. Okay, und, äh, was bringt das bitte? Wow, schau mal, wie süß das aussieht. Oh ja, du hast recht, wir nuckeln einfach an irgendwelchen Schnullern. Oh Mann, der schmeckt echt total gut. Oh, äh, Leute, schaut euch das mal an. Ich habe auch das hier, was ist das bitte? Oh, ich glaube, das ist eine Rassel. Eine Rassel? Wow, sowas hat die eigentlich wirklich noch ein kleines Kind, war auch. Oh wow, das ist echt total cool. Äh, einen Moment mal, Leute, ich habe eine Idee. Okay, äh, Leia, äh, Billy, äh, Bamey, nimm das, Leute. Haha, wir haben einfach eine kleine Schlingerei angefangen. Zack, 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 war, na los, na los, nimm das, Leute. Oh, Leia ist gefallen. Na los, jetzt nur noch du, Billy. Und Bamey, Bamey, Bamey. Wow, wow, Billy, wie hast du das denn bitte gemacht? Du bist einfach bei mir geflogen. Ja, na, Billy ist der Stärkste, musst du wissen. Okay, okay, Leute, lasst uns unseren Streit beiseite legen. Wie wäre es, wollen wir durch das erste Tor gehen, hm? Ja, na los, hm, ich glaube, wir gehen direkt da durch. Oh, ja, lasst mal schauen, was dort ist, ich bin echt total gespannt. Und Leute, ich nukele noch ein bisschen an der Flasche, wartet eben. Oh man, Orks, jetzt komm schon. Okay, ich komme schon. Okay, Leute, lass uns da direkt rein. Äh, warte mal, was steht dort? Ein Rumpelbeginn. Möchtest du beitreten, Leute, sollen wir daran teilnehmen? Ich möchte nicht mehr drehen. Ja, okay, dann komme ich direkt hinterher. Okay, let's go, Mann, was ist das bitte? Was macht man hier? Ich glaube, hier kämpft, Mann. Warte mal kämpfen, oh nein, das glaube ich jetzt nicht. Na los, Leute, wir müssen kämpfen. Los, 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 los. Komm her, Auxi. Na los, kommt her, Leute. Bam, 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 ey. Na los. Zack, zack, zack. Nimm das, Billy ist im Sandwich. Wir holen uns Billy, Leia, komm schon. Das ist unser Spaß mit Billy, Mann. Okay, jetzt nur noch wir beide, Leia. Oh ja, komm her, ich mach dich Platz. Okay, na los, na los, na los. Oh Mann, du bist echt stark, Leia. Zack, 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 na los. Nimm schon das, nimm schon das. Und Bam, ey, nimm das. Ich muss unbedingt gewinnen, Freunde. Wow, du bist auch voll stark, Aua. Wer hat bitte gewonnen? Wow, seht ihr das, Leute? Ich hab gewonnen. Ich war erster. Ich hab gewonnen. Was? Ich hab doch gewonnen. Nein, Billy, du warst Dritter. Das stand da doch. Tab, 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 tab. Okay, aber nach dem Rumpel wollen wir doch direkt durchs Tor gehen, oder? Oh ja, natürlich, ich komm direkt mit. Okay, Leute, ich würd sagen, lasst uns direkt reingehen. Und mal schauen, was jetzt passieren wird. Ja, wir möchten rein. Schau mal, das ist eine Halle für uns Riesenbabys, nicht wahr? Wie cool. Ich werd hier erstmal bisschen spielen. Äh, bisschen spielen. Ich will ja auch spielen. Kann ich irgendwie auf die Rutsche, Freunde? Mal schauen, ob das funktioniert. Hm? Seht ihr das? Ich kann einfach auf die Rutsche rauf. Ich fühl mich richtig wie ein Baby. Tab, 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 und ich rutsche direkt. Wuhu. Habt ihr das gesehen, Leute? Billy möchte auch. Okay, Billy, dann mach's doch. Aber guck mal, wie cool das ist. Wuhu. Okay, komm, Billy, jetzt bist du dran. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh, schau mal, was ich mache. Äh, warte mal, was du machst. Äh, was ist das denn bitte, Leia? Ich weiß nicht, aber es macht mega viel Spaß. Oh, wow, ich will das auch mal ausprobieren. Oh, schaut euch das mal an, Leute. Okay, warte. Und, äh, oh, Ruckbam. Äh, warte mal, was ist das bitte? Das ist irgendwie so etwas, wo wir einfach mit ein bisschen springen können, nicht wahr? Oh, ja, du hast recht, kennst du eigentlich Bungie Jumping? Oh, ja, das kenne ich. Das ist irgendwie so ähnlich, oh. Das ist echt total cool. Hm, aber was kann man hier noch machen? Hm, lass uns mal umschauen. Hier vorne ist einfach Lego Klötze. Freunde, kennt ihr Lego? Ich liebe Lego. Ich liebe auch Lego. Oh, man, Lego ist echt das Coolste, aber die können wir, glaube ich, nichts machen, oder? Du hast recht, na los, drauf da und zack. Äh, warte mal, drauf da? Okay, bam, bam, bam. Äh, warte mal, hörst du das, Leia? Äh, oh. Hm? Ach, schau mal da vorne, Bungie ist eingeschlafen. Was? Oh, Mann, wie ist das, dass wir ihn pranken? Oh, wollen wir ihn etwa mit einem richtigen saftigen Pupsi aufwecken? Oh, ja, na los, lass uns zu ihm. Ich meine, Freunde, wir sind Babys. Na los, wir machen das jetzt. Da, 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 Bungie, was machst du bitte? Oh, Mann, Freunde, schaut euch das mal an, wie er da einfach drin liegt. Okay, na los, ein, zwei, drei und Bungie aufstehen. Bam, bam, bam. Aufstehen, Bungie, los, 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 empfehlen, Mann. Was machst du da? Äh, ich hab nichts gemacht, okay? Okay, jetzt leg ich mich hier rein. Da, 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 da. Hey, Axi, na los, ihr wieder aufwand. Oh, Mann, Leia, lass mich doch schlafen, das ist total gemütlich. Ich sag, dann geh da auch mal rein. Was findest du, okay? Und wow. Okay, Leute, lass uns einfach alle reingehen. Na los, Bungie, du kommst auch neben mir. Na gut, ich komm schon. Okay, Leute. Schaut euch das mal an. Wir liegen alle nebeneinander. Oh ja, du hast recht und super gemütlich ist es auch. Oh ja, das ist echt gemütlich. Kein Wunder, dass Babys so lange schlafen. Okay, Leute, lasst uns direkt weitergehen. Wow, Leute, schaut euch das mal an. Wir können auch schon in das 5000er rein. Okay, lasst uns da direkt eingehen in die Arena 3. Äh, warte mal. Ich glaube, hier lernen wir langsam laufen, nicht wahr, Billy? Ich möchte auf das Einhorn. Auf das Einhorn? Ich will auf das Einhorn. Na los, ich werde viel früher da sein. Und wo? Ich bin schon drauf, Billy. Ist mir egal, ich bin jetzt auch da. Oh Mann, Billy, du bist viel zu schwer. Geh runter da. Ach Mann, ey. Ich wollte auch nur ein bisschen spielen. Okay, na los, Leia. Geh du mal aufs Einhorn. Schau dir das mal an, wie das aussieht. Oh, und zack. Wow, das ist so viel Spaß. Leia, ich frage mich echt, wann du deine Augen endlich aufmachen kannst. Das frage ich mich auch. Aber was können wir hier noch machen? Ich habe keine Ahnung, siehste, Billy. Er liegt einfach im Kinderwagen. So entspannt. Oh Mann, Billy, was machst du da bitte im Kinderwagen? Komm da endlich raus. Es ist so schön hier drin. Ich möchte nicht raus. Okay, Leia, du weißt, was das heißt. Na los, na los, na los. Komm raus, da Billy. Okay, Leute, ganz ruhig. Okay, Leute, jetzt wo Billy und Leia abgelehnt sind, würde ich sagen, ist meine Zeit durch das mal an, was die dort machen. Warte mal, was macht Leia dort? Wow. Oh, schau mal, das war super viel Spaß. Okay, Leute, mal schauen, ob man hier in dem Spiel auch cheaten kann. Dann kann ich einfach total groß werden. Und die werden sich fragen, wie ich das gemacht habe. Oh, C, kommst du dazu? Oh ja, ich komme gleich. Ich spiele so lange ein, will ich hinten bei den Rutschen. Da, 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 da. Boah, das macht echt mal viel Spaß. Okay, na los, Leute. Ich muss das ganz schnell und heimlich machen. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich kann mir tausend Glück kaufen. Okay, ich würde sagen, davon holen wir uns das einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Okay, wow, Leute, schaut euch das mal an, wie viel wir davon jetzt haben. Ich würde sagen, ich probiere das direkt aus. Und das ist einfach Babynahrung. Na los, das muss unbedingt klappen. Na los, na los. Wow, ich bin schon ganz schnell gewachsen. Habt ihr das gerade gesehen? Hm, Orxy, was machst du denn da hinten? Oh, äh, Billy, Leia, ich komme sofort. Kommt ja nicht zu mir, okay? Ich mache hier hinten überhaupt nichts. Ich so, oh, Freunde, schaut euch das mal an. Ich werde immer größer. Warte, Leia, wird der gerade dort vorne größer? Oh, Mann, Freunde, die verstehen das lange. Okay, na los, ich muss mich schnell beeilen. Da, 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 da. Na los, na los, na los. Du hast echt? Oh, was machst du da? Oh, äh, nicht, Leute. Ich bin nur hier vorne. Was geht ab? Ist alles gut bei euch? Hey, ja, natürlich, komm doch wieder zu uns. Oh, ja, ich komme direkt da, 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 da. Freunde, mal schauen, wie jetzt auf mich reagieren werden, wenn ich einfach so was von groß bin. Seht ihr das? Wow, wieso bist du denn so groß? Oh, Axi, warte mal, du bist ja doppelt so groß wie ich. Oh, äh, ja, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen hier mit dieser Raspel gespielt, deswegen vielleicht. Wirklich? Warte, das muss ich ausprobieren. Oh, ja, ganz genau. Oh, Mann, Freunde, das klappt so was von gut. Und, wow, Leute, schaut euch das mal an. Ich kann jetzt auch einfach so eine Ente hier bewegen. Boah, schaut mal, wie süß die ist. Ente, ich liebe Enten. Gib sie mir her. Warte mal, du liebst Enten. Ich weiß, was du noch viel mehr liebst als Enten, Billy. Und zwar... Was denn, Oxy? Du liebst Tennis noch viel mehr. Schau dir das an. Kutschi, kutschi, guck. Guck mal, wie süß der ist. Warte mal, Billy überbreit nicht so, Mann. Komm her, Mann, ganz ehrlich. Aber nicht auf den Popo. Oh, Mann, komm her. Hey, ich platz hier so was von auf den Popo. Ich hab ihn voll auf den Popo geklatscht, Leia. Was? Wirklich? Wieso das denn? Tja, das gleiche macht man ja auch. Komm her, Mann. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oxy, du musst uns deine Geheimnisse verraten. Wie bist du so schnell groß geworden? Okay, Leute, schaut erst mal zu und lernt. Ich geh erst mal hier vorne in die Arena rein, denn ich hab jetzt über 8000 und kann jetzt auch in diese Arena hier rein für die extra großen Babys. Okay, komm schon, wir werden uns auch aufleveln und dann kommen wir direkt hinterher. Okay, bis gleich. Oh, Mann, Freunde, jetzt spielen wir die ganze Zeit mit der Raspel. Okay, wow, schaut mal, wie riesig ich bin. Die werden dann niemals draufkommen. Wartet mal, das glaube ich jetzt nicht. Sind das etwa grüne Kinderwagen? Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich bin in einem grünen Kinderwagen. Leia, Billy, seht ihr das von dort hinten? Wow, was machst du denn da drüben? Oh, ja, schaut euch das mal an und damit kriegt man auch extrem viel Wow. Okay, Freunde, und ich kann jetzt wieder was Neues beanspruchen. Schaut mal, ich kann 150.000 Münzen beanspruchen. Oh, wow, wie cool ist das bitte. Und einen Moment mal, wir können irgendwann 100.000 Glück beanspruchen. Okay, Freunde, ich muss es unbedingt schaffen, das auch zu machen. Ich meine, ich stelle euch das mal vor. Wie riesig, wir sind bei 100.000. Oh, und schaut euch das mal an. Wir haben gleich einfach schon 10.000 Glücklichkeit. Leia, Billy, wie viel Glücklichkeit habt ihr eigentlich schon, wenn ich mal fragen darf? Hm, also ich habe jetzt schon 6.000. 6.000? Boah, wisst ihr, wie viel ich gleich habe? Also ich habe genau jetzt 10.000. Schaut euch das mal an, Leute. Ich habe 10.000 Glücklichkeit. Seht ihr das, Billy und Leia? Hm? Warte mal, 10.000? 10.000? Oh ja, 10.000. Ihr habt richtig gehört. Na los, na los. Ich bin einfach fast der Allergrößte. Ich bin ja seitdem bei 6.000. Warte mal, du bist erst bei 6.000? Oh Mann, das tut mir echt leid, Billy. Warte mal, Freunde. Was passiert eigentlich hier, wenn ich auf Wiedergeburt drücke? Ich drücke einfach mal drauf und... Warte mal. Oh nein, was ist denn jetzt bitte passiert, Leute? Hm? Oxy, wo bist du bitte hin? Oh nein, ich bin wieder extrem klein geworden. Das kann doch echt nicht sein. Was? Was hast du denn bitte gemacht? Ich weiß nicht, da stand Wiedergeburt und ich habe drauf gedrückt. Oh Mann, ich bin extrem winzig. Siehst du das, Leia? Oh, schau mal, wie groß du bist. Oh ja, ich sehe das. Oh, na los, komm her, Axi. Nein, 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 bitte nicht, Leia. Wir können auch mal darüber reden. Das war von Leuten Spaß. Nein, nein, nein. Ja, na los. Oh Mann, Leute, das ist sowas von blöd. Ich muss wieder alles von neu machen. Schaut euch das mal an. Ich bin total klein jetzt. Du bist echt winzig. Ich bin nicht mehr billig, du bist so klein. Oh Mann, ey. Warte mal. Wow, Leute. Seht ihr das? Wenn ich eine Wiedergeburt getätigt habe, dann komme ich durch dieses Portal hier durch. Das heißt, ich glaube, man muss das sogar machen. Warte mal, ich komme da durch. Wie cool. Nein, du kommst da nicht durch, aber ich... Wow, Leute. Ich bin einfach in Arena 5. Oh Mann, Billy, Leia, wo seid ihr? Wo bist du hin, Axi? Du bist einfach verschwunden. Wow, Leute. Ich bin im Himmel. Wartet mal, ich sehe euch von hier oben. Axi, komm wieder runter. Oh, wow, Freunde. Schaut euch das mal an. Da ganz unten sind Billy und Leia. Oh Mann, und ich bin hier einfach ganz oben in der Wiedergeburt drinnen. Okay, Leute. Das kann ich mir echt nicht gefallen lassen. Ganz ehrlich. Ich werde mir noch viel, viel mehr Babynahrung kaufen, um wieder riesig zu werden. Na los, das muss ich auch noch puttern. Oh, na, na, na. Perfekt. Und noch eins futtern. Wow, Leute. Seht ihr das? Ich bin wieder groß geworden. Und jetzt kann ich mich hier auch frei rumbewegen in dieser riesigen Halle. Das ist einfach nur für Leute, die wieder neu geworden wurden. Okay, mal schauen, was das hier ist. Oh, hier kann ich schlafen. Axi, wir sehen dich gar nicht. Sag mal, kann man da oben irgendwas Cooles machen? Ob man hier oben etwas Cooles machen kann? Oh ja, das will ich hoffen. Schaut mal, das ist da vorne, Freunde. Axi, wir sehen nichts. Was meinst du? Oh Mann, Freunde. Was ist das bitte? Wow, wie cool. Schaut euch das mal an, Leute. Axi, wir haben es ja doch gesagt. Wir sehen nichts. Oh Mann, Leute. Na los, ihr müsst auch schnell die neue Geburt tätigen, damit ihr hier auch rein könnt. Bist du dir sicher, dass wir das machen sollten? Ich meine, da sind wir wieder ganz klein. Oh, ist aber nicht schlimm. Dafür könnt ihr dann in diesen Raum hier rein. Und hier kann man noch viel, viel schneller groß werden. Und vor allem, was Billy und Lea nicht wissen, wenn wir noch ein paar Minuten abwarten, kriegen wir einfach 100.000 Glück. Das heißt, stellt euch das mal vor, wie riesig ich einfach am Ende des Videos noch sein werde. Wow, Freunde. Schaut euch das mal an. Hier vorne kann ich mir einfach auch Hüte kaufen. Okay, dann gehe ich mal rein. Warte mal. Wow, schaut euch das mal an. Ich bin super schnell gerade. Okay, mal schauen. Was ist das denn? Ah, dafür sind die Münzen gut. Okay, ich habe genau 200.000 Münzen. Das heißt, ich kann mir auch eine epische Kiste kaufen. Und mal schauen, was da drin sein wird. Bam, bam, bam. Wow, schaut euch das mal an. Da war einfach ein richtig cooler Hut drin. Ein Hut. Ich möchte auch einen Hut haben. Hute sind cool. Oh ja, das ist echt total cool. Okay, wartet noch eine Kiste. Vor allem mal schauen, was jetzt drin sein wird. Oh, ein Wikinger-Helm, Leute. Kommt ja auch mal rein. Ich komme direkt mit rein. Okay, komm rein, bin ich schon. Das ist nur an. Hier kann man sich extrem viele Sachen kaufen. Wow. Jetzt bin ich wieder ganz klein. Oh ja, aber dafür sind wir schneller. Und schaut euch das mal an, Leute. Ihr könnt euch eine epische Kiste kaufen. Macht das alle. Los, los, los. Eine epische Kiste. Wie cool. Okay, ich werde auch noch eine öffnen und mal schauen, was da drin sein wird. Boom, ey. Wartet mal. Eine Mülltüte. Oh Mann, was soll ich bitte mit einer Mülltüte machen, Leute? Ich habe einen Schirmhut bekommen. Einen Schirmhut? Ich habe irgendwas cooles bekommen. Warte mal, lass es mich aufsetzen. Okay, warte. Ich setze auch direkt meins auf. Ich glaube, ich benutze hier das hier. Mal schauen, was das sein wird. Und... Wow, schaut euch das mal an. Wie cool sieht das denn aus? Schau mal meins an. Ich bin einfach ein Regenschirm. Oh Mann, ich sehe es. Du bist einfach ein Regenschirm. Ich habe nicht schon irgendeinen großen Kürbis. Ein Kürbis? Oh Mann, Leia. Ich meine immer noch besser als dein Gesicht vorhin. Spaß. Okay, also ich öffne direkt eine nächste Kiste. Okay, ich öffne auch noch eine Kiste. Mal schauen, was wir noch bekommen können, Freunde. Ich habe eine Doppel bekommen. Wow. Okay, und mal direkt schauen. Bam. Ey, ich habe einen Hexenhut bekommen, Leute. Schau mal, was ich bekommen habe. Haha, jetzt bin ich die coolste von allen. Und ich bin ein Hexenhut. Oh, wow. Willi, du bist einfach ein Hut geworden. Ich bin ein Hexenhut. Oh Mann, ey, Willi. Okay, Leute, lasst uns rausgehen. Na los, ihr habt jetzt auch genug für die Wiedergeburt, nicht wahr? Äh, ja, genau. Ich habe jetzt genug. Okay, okay, Leute. Ich würde sagen, lasst uns jetzt endlich extrem riesig werden. Na los, kommt schon mit, kommt schon mit. Wow, und schaut euch das mal an, Freunde. Wie das einfach aussieht, mit dem riesigen Hut hier zu sein. Äh, Leia, du hast eine Sonnenbrille auf. Oh, ja, ich habe ja gesagt, jetzt bin ich die coolste von allen. Okay, mal schauen, Willi. Und, äh, warte mal, Willi. Junge, wie du einfach aussiehst. Was meinst du? Ich finde, ich sehe bezaubernd aus. Oh Mann, Willi, das finde ich eigentlich nicht so. Wartet mal, seht ihr das, Leute? Schaut euch das mal an. Ich kann mir einfach 100.000 Glücklichkeit holen. Das bedeutet, ich werde gleich extrem riesig. Okay, ganz schön unheimlich. Und zack, zack, zack. Das muss so unbedingt klappen. Boomi, äh, Leute, wo seid ihr? Oh, Axi, wie hast du das mit ihm gemacht? Oh, ja, siehst du das, wie riesig ich geworden bin, hm? Aber das geht doch niemals so schnell. Oh, doch, das hat so schnell geklappt. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Leia, willst du ein kleines Geheimnis erfahren, hm? Oh, ja, sag schon, wie hast du das bitte gemacht? Okay, komm ganz nah ran. Ja, ich werde jetzt zuflüstern, alles klar? Okay, dann fließt das mir zu. Also das Geheimnis darf ich dir nicht. Das war's mit dir, Leia. Axi, komm schon, sag's mir bitte. Okay, hör zu, Leia. Da, wo du vorhin das auch abgeholt hast, bei Gratisgeschenke, da kannst du dir das jetzt auch abholen. Dann kannst du auch genauso riesig werden wie ich. Was? Okay, warte, ich probier's direkt aus. Okay, komm, probier's aus, Freunde. Schaut euch das jetzt an. Okay, ich hol's mir direkt auch, okay? Okay, na los, na los, Leute. Schaut euch jetzt an, wie groß der wird. Wow, schaut ihr das mal an, Billy und Leo. Wow, Leute, wir sind jetzt alle total riesig. Oh, ja, und schau mal, jetzt habe ich auch so eine Quietsche-Hente. Oh, ja, ganz genau. Quietsch, 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 quietsch. Leute, warte mal, da hinten sind Leute. Seht ihr die? Wow, siehst du das, Leia, hier vorne? Greift mich an, na los, lass ihn fertig machen. Bam, 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 bam. Siehst du das, Leia? Mal schauen, wer gewinnen wird. Okay, na los, na los, na los. Lass ihn direkt fertig machen. Okay, Leute, lasst uns zu dritt arbeiten und alle anderen Babys fertig machen. Was hält ihr davon? Oh, ja, das haben wir sie verdient. Oh, ja, ganz genau. Ich meine, Freunde, wir sind das Dreier-Trio. Wir sind das Team und wir werden alle fertig machen. Na los, auf den hier vorne jetzt. Los, 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 los. Auf ihn, auf ihn, mit dem Brüll. Oh, Mann, der arme, Leute. Okay, lasst uns jetzt wieder den da vorne vornehmen. Los, los, los. Kressen dann. Los geht's, Billy. Wir machen alle platt wie Plattkuchen. Oh, ja, na los. Oh, ja. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Leute, oh, Mann, Billy, was redest du denn mit in Lann los? Zack, quetscht die alle. Bam, bam, bam. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Ich bin gerade der Erste einfach. Bam, bam, bam. Dann los, Leute, auf den mit dem Hut hier. Los, los, los. Auf ihn mit Gebrüll. Zack, nimm das. Oh, Mann, Leia, ich habe eine Idee. Greifst du ihn von hinten an und ich und Billy kommt von vorne. Was will er mit dem tun? Oh, ja, dann los, raus. Oh, Mann, hier vorne. Los, Leute. Oh, Mann, das macht extrem viel Spaß, oder nicht? Oh, ja, du hast recht. Wir sind einfach die Stärksten. Ich will vorstellen, ich habe einfach 100.000. Wie krass ist das, bitte, hm? Oh, ja, wir haben doch auch 100.000. Wir sind echt riesig, aber die anderen auch. Wir sind total riesig. Wartet mal, ich habe eine gute Idee, Leute. Wow, Leute, schaut euch das mal an. Ich kann mir jetzt einfach eine mythische Kiste holen. Okay, das machen wir auch noch mal. Schauen wir, was da drin ist. Einfach eine Krone. Okay, die ziehe ich direkt an, Leute. Und dann geht es direkt weiter. Oxy, woher hast du deine Krone? Oh, Mann, ich weiß es auch nicht. Aber lasst uns am Rumble teilnehmen. Los geht's, Leute. Kommt alle rein. Wir machen alle fertig. Na, los, da vorne ist ein Tipp. Den machen wir sowas von platt wie Plattkuchen. Na, los, komm her, komm her, komm her. Wow, Leute, ich fliege einfach. Oh, Mann, wie cool ist das, bitte? Leia, siehst du das? Hm, siehst du, wie hoch ich bin? Wow, wow, wow. Wie cool ist das, bitte? Bam, 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 bam. Ich mach ihn sowas von fertig. Zack, zack, zack. Und ich muss das unbedingt schaffen. Bam, ich hab gewonnen. Ich bin der erste geworden. Habt ihr das gerade gesehen? Wow, du hast sie alle zerstört. Oh ja, das würde ich auch sagen. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Roblox-Videos sehen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei meinen Freunden vorbei. Und hier sind jetzt noch weitere Videos eingeblendet, Freunde. Und in diesen Roblox-Videos haben wir auch etwas extrem Cooles gemacht. Deswegen drückt unbedingt drauf. Abonniert. Tschüss, Leute. Und drückt drauf. Abonniert. Tschüss.